Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kartellmarkt aktuell. Eine weitere Woche ist rum und es wird wieder Zeit. Wir werfen wieder einen Blick auf die neuesten Neuigkeiten und natürlich auch in den Kartellmarkt. Ja, würde ich sagen, fangen wir direkt erstmal an mit dem Bild aus der letzten Woche. Das wurde auch richtig erkannt. Das war natürlich im Flashpoint auf Nathema. Ja, an einer Stelle. So genau muss man es ja noch nicht beschreiben. Aber ich glaube, das war tatsächlich ziemlich genau beschrieben in dem einen Kommentar, wo das ist. Und war natürlich vollkommen korrekt. Ist aber auch sehr schön da. Das muss man ja auch mal bewundern. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch wieder ein neues Bild für euch hier im Hintergrund. Und da dürft ihr wieder ein bisschen raten und mir in die Kommentare schreiben, wo denn das Ganze hier ist. Bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ich würde sagen, dann legen wir auch gleich los mit dem Thema. Denn wir werfen heute nochmal einen Blick auf den PTS. Zwar jetzt nicht hier videotechnisch, sondern ein bisschen nur mit dem Reden sozusagen. Denn dort gab es einen PTS-Refresh-Patch. Das heißt, sie haben sozusagen eine neue Version der 5.10 auf dem PTS veröffentlicht. Wo sie halt so ein paar Bugs schon mal fixen. Und die Spieler eben dann nochmal die Möglichkeit haben, das nochmal auszuprobieren. Und ja, da gab es ein paar Anpassungen. Also zum einen ist jetzt das Ossos Daily-Gebiet tatsächlich fertig für den PTS-Test. Ja, also es war bis jetzt eben nicht vollständig geplant, dass das schon zugänglich ist. Aber naja, die Spieler wissen natürlich immer mehr als die Entwickler. Und haben daher einen Weg gefunden, wie man nach Ossos kommt. Und jetzt allerdings ist es wirklich frei zugänglich. Das heißt, jeder kann auf Ossos landen, indem man einfach mit dem Schiff hinfliegt. Ja, und dort dann eben das Bild, dass das Daily-Gebiet abschließen. Und es wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr funktionieren, als wir damals geguckt haben. Da war ja noch einiges im Entwicklungsstadium, sage ich mal. Ja, also Taxis oder auch vielleicht das ein oder andere Ad, was da noch fehlte. Die ein oder andere Quest, die nicht funktionierte. Haben sie jetzt sicherlich gefixt. Mal gucken, vielleicht werfen wir nochmal einen Blick und schauen uns das Ganze nochmal in Ruhe an, jetzt wo es funktioniert. Ja, dann gibt es auf dem PTS ja immer solche Händler, wo man sich eben rüsten kann für die neuesten Sachen, die es dort zu testen gibt. Hauptsächlich geht es da natürlich um den Nightmare für Gods from the Machine. Ähm, das heißt, diese Händler, da kriegt man eben für einen Credit, glaube ich, pro Item das Beste vom besten Gear. Und die Hälfte davon konnte man allerdings nicht kaufen. Ja, da stand dann ja, man ist nicht zugelassen für den Kauf. Und das haben sie natürlich auch gefixt. Und jetzt gibt es auch einen Händler für zwei 52er Gear, sodass man dort entsprechend für den Nightmare gewappnet ist und dort gut vorankommt. Zum Nightmare müssen wir auch gleich noch was sagen. Denn, ähm, sie haben die ersten beiden Bosse etwas angepasst, ja. Und, äh, und zwar haben sie tatsächlich, ich würde nicht sagen ihn einfacher gemacht, aber es geht in die Richtung einfacher und nicht in die Richtung schwerer. Das heißt, die, die vom ersten Boss von TÜV wurden die Lebenspunkte reduziert, die Lebenspunkte von den Drohnen wurden reduziert. Und es gibt einen, äh, Enrich-Timer-Increase. Das heißt, man hat 30 Sekunden mehr Zeit, bis tatsächlich der Enrich kommt. Und, ja, ähm, also so ein paar Sachen, die es ein bisschen einfacher vielleicht machen. Sie haben sicherlich gesehen, dass es nicht ganz so einfach ist. Ich hab tatsächlich mal einem Streamer zugeguckt, äh, der das mit seiner Raid-Gruppe probiert hat. Die waren bei TÜV und die haben da bestimmt zwei Stunden lang sind die da an dem Boss gewiped, weil die kein bisschen vorankamen. Ähm, also klar, ein bisschen voran ging's, aber es war nicht so, als dass ich gesagt hätte, okay, in den nächsten zwei Stunden schaffen sie es vielleicht noch. Also, es war, es ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung, wenn man sich das so von außen anguckt. Gut, okay. Für die Nightmare Raider ist es sicherlich auch eine Herausforderung, aber vielleicht, äh, auch nicht ganz so wie jetzt für jemanden, der nicht so gängig ist im Nightmare. Aber allein die Tatsache, dass nur die ersten beiden Bosse angepasst wurden, also Ayvela und Esna auch noch, aber der dritte Boss nicht. Da würde ich einfach mal vermuten, dass sie den dritten Boss nicht anpassen können, weil sie davon noch kein Feedback haben, weil die Leute da noch nicht sind. Ja, also Ayvela und Esna wurden auch eben ein bisschen angepasst und, äh, klar, so ein bisschen haben sie es da vielleicht übertrieben. Wer weiß, äh, wie es tatsächlich aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie lange es dauern wird, bis auf den Live-Servern die Leute durch sind. Ähm, das ist, äh, denke ich mal, ist das dann so der neue Standard? Äh, wer das geschafft hat, der kann was von sich behaupten. Aber gut, das, wie gesagt, zum PTS, also jetzt Odessen live verfügbar, ja, kann man hingehen, kann man sich alles angucken und soll jetzt auch wirklich ein, äh, weitgehend einwandfrei funktionieren. Natürlich aber, wenn ihr Fehler seht oder sowas, immer Feedback geben an die Entwickler, damit das auf den Live-Servern dann entsprechend sauber läuft. Dann würde ich sagen, gehen wir über, zum Kartellmarkt und dafür wechseln wir mal jetzt hier ins Spiel. Und da bin ich, äh, gerade hier auf meinem, äh, Söldner unterwegs. Und, äh, wir werfen mal einen Blick in den Kartellmarkt, haben dort jetzt, äh, ja, ein paar neue Sachen drin. Zum einen, natürlich Flash-Sale der Grassland Varactyl. Für 450 Münzen kriegen wir hier also den Grassland-Varactyl. Einen grünen, ich finde die, äh, Varactyl sind... Ja, äh, sind immer noch mit die schönsten Reittiere, auch von der Laufanimation her finde ich die, äh, wesentlich schöner als so manch anderes. Ähm, allerdings ich bin kein Fan von Grün, deswegen, äh, fällt der Grassland für mich leider auch weg. Aber es gibt, äh, ein paar sehr schöne Varactyle und, äh, ja, sollte man auf jeden Fall eigentlich einen von haben, weil die sind, äh, die sind echt schick. Natürlich, Flash-Sale, äh, Varactyl wird dann nicht mehr drin sein, wenn ihr das Video seht, ihr kennt das Problem bereits. Ähm, deswegen guckt da auf jeden Fall rein, jeden Tag was Neues. Merciless Seekers Armor Set. Ja, das ist ein Rüstungsset, was so ein bisschen, ja, mit, mit Knochenplatten, sage ich mal, gespickt ist. Also, wenn man sich hier die Brust zum Beispiel anguckt, ähm, die besteht, oder auch den Helm, der besteht halt zum Teil aus Knochenplatten von irgendwelchen Tieren. Und, äh, damit hat ein Mandalorianer hier sich sozusagen mit seinem Ruhm geschmückt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, mit seinen Erfolgen. Und, äh, ja, ganz interessant, schöne Details, dreidimensional auch alles, äh, wie wir es gerne haben. Äh, auch das Messer hier vorne dran sieht natürlich ziemlich cool aus. Und, ja, also, 2260 ist natürlich ein riesengroßer Preis, also das ist, äh, doppelt so viel fast, wie, wie normal ein Rüstungsset kostet. Und, äh, ist mir tatsächlich auch viel zu viel. Ähm, ist natürlich ein außergewöhnliches Set, muss man sehen, aber für mich trotzdem keine 2000 oder mehr wert. Aber gut, äh, wie gesagt, Preispolitik bei Bioware ist ja immer so ein bisschen fraglich. Wir können ja mal gucken, das gibt's ja auch schon eine Weile, wenn ich mich, äh, recht entsinne. Wir können ja mal nachgucken, Merciless Seeker. Ja, gibt's nur in Bruchteilen und auch relativ teuer da, also wenn Gürtel und Armschienen schon jeweils 7 Millionen kosten, ist natürlich auch ein Platin-Produkt. Für mich immer noch kein Grund, äh, dafür 2500 Kartellmünzen auszugeben. Gut, wir gucken einen weiter, wir haben das Chaotic Force Masters Amor Set. Das ist ja eigentlich ein ganz altes Set, ja, das ist ja noch aus, äh, 1.0er Zeiten. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Thionisch war oder wie das damals hieß. Viel zu lange her. Das ist auf jeden Fall ein altes Set hier. Ähm, ja. Ist immer noch ganz schick. Ja, kann man nicht anders sagen. Und, äh, 1.152 statt 1440 haben wir also 20% Rabatt drauf. Kann man machen für einen Hexer. Ist das sicherlich ein, äh, ziemlich cooles Set. Ähm, für alles andere sehe ich das jetzt eher nicht so. Aber gut. Äh, wem's gefällt? Ich bin nicht so ein Fan davon, aber wem's gefällt, äh, 20% Rabatt, hm, kann man schon machen. Ist ja auch ein goldenes Set, also ist ja jetzt auch nicht ganz so selten. Wir können ja mal nachgucken. Jetzt hab ich allerdings gerade den Namen schon wieder vergessen. Chaotic Force Master. Ah. Da konnte ich nicht richtig schreiben. Ja, da haben wir das Set. Okay, also Brust kostet dann doch mal 55 Millionen. Wir fangen bei dreieinhalb an. Ist also nicht ganz so billig, das Set. Ja, Kopfstück auch schon 30 dann. Aber ich sag mal, ähm, wenn man hier das reduziert bekommt, 1200, äh, 1150 sogar nur, kann man machen. Dann haben wir den Marsch Hunter Egglay ebenfalls 50% reduziert. Und jetzt ist halt so die Sache, warum kostet der im Normalfall 1500, Waractyl 900? Okay, Waractyl ist ein bisschen flacher von der Bauhöhe her. Aber, äh, ansonsten, ich weiß nicht. Also ich finde Waractyl halt persönlich wesentlich schicker als so ein Egglay. Okay, aber gut, ähm, jedem sein Geschmack ist er natürlich auch vollkommen richtig. 1350, wir kriegen also 15% Rabatt eben von 1500 runter. Ja, fühl mich immer noch viel zu teuer, wie gesagt. Kann man allerdings machen, ist jetzt ja auch nicht ganz so, äh, ist ja immer noch ein Reittier. Ja, so rum, ist ja auch immer noch ein Reittier. Dann haben wir Technolith Matrix Weapon Tuning. 30% reduziert, 1260 statt 1800. Natürlich auch, ähm, immer noch viel zu viel für, finde ich, für so einen kleinen kosmetischen Effekt, den man auf eine Waffe anwenden kann. Weiß ich nicht. Also, äh, halte ich immer noch nicht viel von. Und dann haben wir hier das Imperial Bastions Armor Set. Und da haben wir 1440, ganz klassischen Preis. Und wir kriegen hier einen, ein Rüstungsset. Was, ja, so ein bisschen Sith Lord, also so für einen Sith Lord. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier diese Spikes auf der Schulterklappe. Ist natürlich auch ganz schick. Wir haben so ein bisschen auch das Ganze dreidimensional angelegt. Außer das hier unten, da sind natürlich alles wieder nur aufgemalt. Leider. Aber, äh, immerhin ein bisschen was. Ja, auch die Spikes auf den Schulterklappe sind natürlich ziemlich cool. Also, wenn man da jemand mal hintertreten will, das tut richtig weh. Ja, 1440, ganz klassisches, äh, Preis, ganz klassischer Preis für so ein Set. Und dadurch, dass es Gold ist, ist es auch, ähm, denke ich mal, ganz angemessen. Ja, und ich meine, das ist eigentlich ein ganz schickes Set. Kann man durchaus machen. Dann aber Skyvers Agony Blaster Rifle. Ja. Da haben wir also eine, äh, eine Waffe, die ein bisschen an Skyver orientiert ist. Angeblich. Äh, Skyver hat, soweit ich weiß, aber keine Waffe. Deswegen, äh, ist die bloß daran orientiert. Mit so ein bisschen Grün, diesem Hellgrau, äh, dem Weißgold hier vorne. Ja. Wir stecken die hier oben hin. Wir haben das Ganze so ein bisschen, äh, Armbrust mäßig. Also diese beiden Flügel da vorne klappen aus. Wir können da nochmal gucken. Da hat man es, glaube ich, ganz gut gesehen. Machen wir einfach nochmal. 3.000 ist natürlich in meinen Augen wesentlich zu viel. Also, das ist natürlich ein Preis, über den wir eigentlich nicht reden müssen. 5.100 für so ein kleines Gewehr. Sorry. Ähm, klar, okay, da ist so ein, also wenn man das beobachtet, da ist so ein Effekt hier an der Seite. Da kommt das so ein bisschen raus. Aber, ich meine, ähm... Ne, also das ist mir definitiv keine 3.000 wert und schon gar keine 5.000. Äh, da ist also dezent übertrieben, würde ich sagen. Da nutzen auch die 40% Reduktion nichts. Also da muss man schon auf 90 hochgehen, damit das von Interesse ist. Naja. Ja, wie gesagt, also das, äh, können wir, glaube ich, ganz gut streichen. Okay. Dann sind wir an sich, äh, durch. Mit, äh, dieser Runde. Natürlich dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, äh, wo ich denn am Anfang unterwegs war. Und, äh, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Theodor Lohr. Ich bin raus. Tschüssing. Ich bin raus.